Wie stellt Microsoft 365 für Fachabteilungen und Unternehmen zur Verfügung? Das heißt, ich habe diverse Dienste wie Microsoft Teams, Shabot Online und Co., die ich im Unternehmen vielleicht eingeführt habe, aber jetzt habe ich eine Bestandumgebung, wo Fachabteilungen ihre Daten entworfen Pfeilzuhörer haben, ihre To-Do-Listen vielleicht in Excel pflegen oder woanders hin ablegen, ihre Prozesse und Co. in Not zu haben und so weiter. Wie kann ich das Ganze in Microsoft 365 bringen? Das heißt, wie sieht so eine Struktur für Fachabteilungen in der Microsoft 365-Welt aus? Wo ihre Daten ablegen, nicht mehr auf die Freigabe zugreifen, sondern in Microsoft 365 zugreifen, wie sie Modern Workplace betreiben, das heißt, Fachabteilungen von überall her sicher, sicher vor allem, auf ihre Daten zugreifen können. Dann das Thema natürlich, wie sie ihre digitalen Prozesse vielleicht, die sie vielleicht auf Not oder andere Basis gebaut haben, jetzt in Microsoft 365 haben oder neu aufbauen und wie können sie das Ganze nutzen. Das heißt, wie sieht so eine Beispielstruktur für so eine Fachabteilung aus? Das möchte ich Ihnen kurz mal vorstellen. Bleiben Sie dran, wenn Sie es interessiert. Mein Name ist Alexei Kusnir, fordaufirma Linework. Bis gleich. Microsoft 365 ist speziell für Fachabteilungen. Wie sieht das aus? Wie kann man das nutzen? Hier schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Prinzipiell ist es so, die Fachabteilung nutzt ja verschiedene Werkzeuge in Unternehmen. Zum Beispiel Dokumente, die Sie auf dem File-Server oder auf irgendwelchen Drives ablegen. Es gibt dann irgendwelche To-Do-Listen, die in Excel zur Verfügung stehen, die irgendwo abgelegt sind. Vielleicht gibt es Applikationen, die verwendet werden. Digitale Services, die auf verschiedene Systeme basieren. Also das bedeutet verschiedene Instrumente, die in verschiedenen Tools liegen. Jetzt nutzen wir Microsoft 365 vielleicht ein Unternehmen oder hat es jetzt eingeführt und dort nutzt man auch zum Beispiel Teams, Teams-Räume, SharePoint Online, aber so genau weiß man gar nicht, wie strukturiert man das Ganze. Ich möchte Ihnen einfach ein Beispiel geben, wie man für, also SharePoint Online und Team-Räume vielleicht für eine Fachabteilung aufbauen und strukturieren kann. Das ist ein kleines Beispiel, wichtig ist hier, bevor ich anfange, ist zu sagen, es ist super individuell auf Unternehmen abgestimmt. Also das Thema ist, man muss vorher gut viele Fragen stellen, viel mit Fachabteilungen reden, um dir eben die passende Struktur führen zu nehmen, in Microsoft 365 zu kreieren. Das ist nur ein Beispiel, wie man das machen könnte. Wenn man Unternehmen jetzt, wir haben jetzt Hauptdienste in Microsoft 365, wenn wir das jetzt aufteilen, wir haben SharePoint Online als Hauptdienst, wir haben die Datenmanagement, also die Plattform für Dokumentmanagement. Wir haben im Backend Azure AD für das Identity Management, das bedeutet User und Gruppen, die abgelegt werden. Wir haben Microsoft Teams als unser Cooperation-Werkzeug, wo wir Zusammenarbeit gestalten und so weiter. Und konzentrieren wir ganz kurz auf diese Dienste. Es gibt natürlich zig andere Dienste, die mit eingebunden werden, wie Formulare und Co., die quasi noch dazu in Fachabteilungen verwendet werden, um zum Beispiel auch digitale Prozesse und so weiter zu nutzen. So, wenn wir jetzt die reine Datenablage im Unternehmen haben möchten, das heißt, ich habe die vorher auf dem Pfizer gehabt und ich möchte, die Abteilung möchte, die Daten, die möchte gar nicht so viel, die möchte nur die Daten in der Cloud haben, damit sie überall arbeiten können, sicher darauf zugreifen können, über Microsoft 365 zu gehen, zum Beispiel die über Multifaktor-Ordifizierung auf die Daten zugreifen möchten und so weiter. Und natürlich von zu Hause auf zugreifen möchten, weil die Daten auf dem Pfizer-Server liegen, wo man eine VPN-Verbindung braucht. Und wenn die natürlich in der Cloud in Shepard Online liegen, braucht man eine Internetverbindung, aber keine VPN mehr. So, das heißt, ich habe, ich kreiere zum Beispiel eine Abteilung, eine Abteilung Sales, kreiere ich eine Site, eine Shepard Online Seite. Dort gibt es eine Dokumentenbibliothek, standardmäßig Dokumente. Ich habe jetzt mal einfach eine neue erstellt, eine Datenablage, Dokumentenbibliothek und die Abteilung kann hier ihre Ordnungsstrukturen ablegen, ihre Dateien hochladen und so weiter. So wie man das eigentlich von Pfizer auch kennt. Und dann kann man das Ganze hier auch synchronisieren lassen. Das bedeutet, die Ordnungsstruktur hier, wenn ich auf synchronisieren klicke, wird per OneDrive auf mein Kleid synchronisiert und anders natürlich auch. Und ich kann dann über eine File Explorer auf die Daten zugreifen, die halt in Shepard Online liegen. Die werden dann synchronisiert, dann wenn ich was ändere, werden sie wieder hochgeladen und so weiter. Und OneDrive als Back-in-Service sorgt dazu, dass es halt synchronisiert wird. So, eine klassische Datenablage in Shepard Online für eine Fachabteilung. Jetzt sagen wir, okay, die Fachabteilung möchte aber nur mehr als nur Daten ablegen, sondern die möchte ja auch zusammenarbeiten. Die möchte digitale Services verwenden, die möchte intelligente Listen bauen. Die möchte To-Dos pflegen miteinander und so weiter und so fort. Wie kann man das machen? Und hier ein Beispiel dazu. Wir geben auch Teamraum. Dazu nutzen wir einen Teamraum für die Fachabteilung. Und hier ist es wichtig, meiner Meinung nach, einen gewissen Standard zu kreieren, der klein ist, je nach Teamraum. Zum Beispiel, wenn ich ein Teamraum für eine Fachabteilung habe, sieht das so aus. Wenn ich ein Teamraum für ein Projekt habe, sieht das anders aus. Und hier bietet sich das Ganze an, schnell einen digitalen Service einzubauen, der relativ schnell erstellt ist in Microsoft. Teams und mit der Power-Plattform im Backend kombinierbar kann ich erlauben, dass über ein Digitas-Formular ein Teamraum beantragt wird und dieser nachhinein automatisch vom System erstellt wird mit den Standards, die wir als Unternehmen einmal festgelegt haben bei der Anforderungsanalyse. Wie sieht sowas aus? Das heißt, ich habe einen digitalen Service als Teamraum und ich habe hier die Möglichkeit, über ein Formular ein Teamraum zu beantragen. Das bedeutet, ich möchte mit diesem Digital-Service-Forgeln bewirken. Ich möchte, dass ein Teamraum nach dem Unternehmensstandard immer wieder erstellt wird. Ich möchte, dass Namenskommissionen des Unternehmens angewandt werden, dass bestimmte Berechtigungen eingesetzt werden und dass bestimmte Sachen so konfiguriert werden, die im Unternehmen für eine Fachabteilung benötigt werden. Egal, ob es eine Fachabteilung ist, zum Beispiel für die Kümmerabteilung, für Personal, Finanzen, Sales, also Vertrieb, was auch immer buchreitend da ist, das sieht gleich aus. Das heißt, wenn ich auch zwischen Fachabteilungen springe, weil ich verschiedene, dann sieht das ähnlich für mich aus und ich kann es nutzen. Und intern im Team kann der Fachabteilung dann ihre eigenen Strukturen bauen. Okay, wie sieht das Ganze dann aus? Ich nehme jetzt einen Namen und ich möchte für das Marketing-Team eine neue Abteilung kreieren, einen Teamraum erstellen. So, wenn ich es mache, dann wähle ich aus, ich hätte gerne eine Fachabteilung und Marketing. Ich habe zum Beispiel Teamräume für Projekte. Dort werden ganz andere Sachen gemacht. Es gibt andere Kanäle, andere Berechtigungen. Es wird vielleicht ein Shared Mailbox und Backend erstellt. Das Projekt wird vielleicht ein Teammitglieder beinhaltet, die auch irgendwo Zugriff zu sich bekommen und so weiter und so fort. Das heißt, eine ganz andere Voraussetzung. Ich baue mir quasi eine Ressource für Projekte. Oder für Events, da habe ich ganz andere Voraussetzungen. Für Event möchte ich hier bestimmte Kanäle haben, bestimmte Sachen, Pläne und Co haben, die eben für Events optimieren. Wenn ich immer Eventplanungen habe, wo ich verschiedene Mitglieder habe, die so ein Event zusammen planen. Oder ich habe Teamräume, wo auch externe Zusammenarbeit erlaubt ist, wo ich Externe mit einlade. Und dort natürlich ganz andere Arbeiten möglich sind. Wo auch Externe bedeutet Benutzer, außer Unternehmenspartner, Kunden, Dienstleister, aber auch immer zusammenarbeiten im Team. Und ich dort die Berechnung pflegen kann, entsprechend den Security Richtlinien zu nehmen. So. Wir machen das aber zu kompliziert. Wir senden das ab. Fertig. Ich habe jetzt Antrag gestellt, um ein entsprechendes Teamraum zu bekommen. Der Team muss in dem Sinne erstmal nichts tun. Der Team muss gar nichts tun. Erstmal nur die Plattform einmal erstellen, damit das Ganze auch funktioniert entsprechend. So. Jetzt kommt eine Genehmigung. Ich habe das Ganze so gebaut, dass dahinter ein Genehmigungsprozess ist. Das heißt, jemand kriegt eine Anfrage. Hey, da möchte jemand. Ja, in diesem Beispiel Power Video Kurs. Das ist unser Fach, unser Fach User, der entsprechend, mit dem wird ja auch Videokurse machen diverse. Und der beantragt jetzt zum Beispiel ein neues Team für Marketing, Typ Fachabteilung. Und Ansteller ist, ja, wir sind Ansteller entsprechend. Ist das der gleiche, damit wir das auf einer Demo mal zeigen können. So. Ich genehmige das Ganze. Und wofür ist das gedacht? Zum Beispiel diese Genehmigung ist zum Beispiel, jeder User dürfte einen Teamraum erstellen, aber nur der Fachabteilungsleiter oder Leiterin des Benutzers kriegt dann die Genehmigungsanfrage und kann dann genehmigen. Also, normalerweise, es werden ja IT-Ressourcen gebaut. Hier IT erstmal raus und sie muss nichts machen. Die IT hat eben die Plattform geschaffen und das Ganze funktioniert. Es wird automatisch jetzt ein Team erstellt für die Fachabteilung. Das heißt, mit den Ressourcen, jetzt in diesem Beispiel, ist nicht drin, aber mit dem Ressourcen diese Fachabteilung benötigt. Welche können das eigentlich? Ich sage mal ein Beispiel. Wir haben eine Fachabteilung AS Sales und dort habe ich zwei Kanäle. Allgemeinkanal und die Fachabteilung hat jetzt hingegangen und hat gesagt, ja, für meinen Alltag brauche ich noch einen Kanal Kunden. Und dort möchte ich verschiedene To-dos pflegen im Kanal. Das heißt, ich habe dort Registerkarten, Teams, wo ich einen Pläne eingebunden habe. Und je nachdem, was hier eingebaut ist, habe ich verschiedene Kategorien und Aufgaben zu kriegen. Ich kann hier entsprechende User hinzufügen, die automatisch auch dann mitbekommen, dass sie was zu tun haben hier und sehen unter ihren eigenen Tasks diese Aufgabe. Können sie bearbeiten und die wird entsprechend hier aktualisiert. Das heißt, ich habe hier eine Zusammenarbeit, ein Pläne, ein Aufgabenmanagement für diverse To-dos in der Teilung, entsprechend für ein Kundenthema. Oder ich habe zum Beispiel die Gedanken, wo ich Reiseanträge durchführe. Ich stelle hier meinen Reiseantrag rein und dieser wird vielleicht auch genehmigt am Ende. Kann man sagen, vielleicht genehmig auch weg, dass es nur eine Info ist, wie auch immer. Aber dieser läuft zum Beispiel im Genehmigprozess. Ja, ich reise dahin, welches Thema, geschäftes Kosten und der Fachabteilungsleiter zum Beispiel genehmigt das Ganze. Oder egal, wer das ist, am Ende wird es digital angefragt, digital genehmigt. Hier dahinter steht auch vielleicht, wenn man das möchte, wer es auch genehmigt hat. So, das heißt, ich habe einen Service Reiseanträge und da kann ich verschiedene andere Services überlegen. Das sind digitale Listen, die ich zusammenbaue, die zum Beispiel auf Azure AD und Co. zugreifen können. Das heißt, ich habe ganz andere Möglichkeiten, Zusammenarbeit im Team, in der Fachabteilung zu steigen. So, ich habe den Kanal allgemein und dort lege ich zum Beispiel Dateien vielleicht entsprechend unter Dateien hier ab. Meine Ordner, Dateien und Co., die natürlich im Backend in Shepard Online liegen, weil jedes Team hat im Backend eine Shepard Online-Seite, wo die Daten abgelegt werden. Und ich kann das Ganze hier ein bisschen strukturieren. Das heißt, da lege ich Daten ab oder unter Kunden alles, was kundenrelevante Daten sind. Zum Beispiel meine Angebotsvorlagen. So, hier habe ich zum Beispiel auch Services. Hey, ich möchte dieses Service in der Fachabteilung immer zur Verfügung stellen, damit Sie zum Beispiel eine Störung aufgeben können, wenn irgendwas technisch nicht funktioniert. Ja, ich habe hier ein Helpdesk-System, was komplett am Marken-Sortrag von 60 Chinergien basiert. Und dieses Helpdesk-System, dieses Ticketsystem eben für das IT-Team in diesem Fall oder beziehungsweise um ein IT-Ticket aufzugeben. Ich beschreibe, das ist ein Service, den ich quasi für Fachabteilung zur Verfügung stelle. Und die Fachabteilung kann jetzt hier hingehen, Problembeschreibung und sagen, das ist ein Software-Thema oder Datenablage-Thema. Zugriff kann es absenden, bekommt ein Ticket zugewiesen mit der Nummer und so weiter und so fort. Das IT-Team-Backend kriegt natürlich dann mit, dass jemand ein Problem hat, Ticketnummer verweist, wer es war, Beschreibung und so weiter und kann sich darum kümmern und entsprechend das Ticket bearbeiten. Also ein Ticketsystem basiert auf Marken-Sortrag von 60, was ich als Service in der Fachabteilung Sales, QM oder Buchhalten, egal wo, einbinde oder generell als digitalen Services einbinden, wo jeder darauf zugreifen kann. Das bedeutet, ich habe hier ganz andere Möglichkeiten, nochmal eine Fachabteilung zu kurieren. Und das ist das Thema Anforderungen festlegen. Okay, wie sieht so eine Fachabteilung aus? Ein Team für einen Raum, für eine Abteilung. Was müssen Fachabteilungen eigentlich tun tagtäglich? Was benötigen sie, um ihre Arbeit zu gewährleisten? Es gibt einen Grundbaustein, der braucht jede Abteilung. Und dann gibt es Bausteine, die sind vielleicht nur für jede Abteilung spezid relevant. Und denen muss man zeigen natürlich, wie man das Ganze baut. Also eine andere Art Zusammenarbeit halt komplett in Microsoft Teams. Das ist eine Art, wie man das Ganze machen kann. So, das kommt als Thema noch weiter. Wenn man das Ganze jetzt gebaut hat, hat Namenskonstitutionen für sich geschaffen, Unternehmen, die Fachabteilung arbeiten. Und jetzt möchte man auch entsprechende Kommunikation im Unternehmen betreiben. Das heißt, ich möchte die Kommunikationsplattform im Unternehmen haben, die ebenfalls auch Microsoft Teams zum Beispiel ist. Da kann ich das so gestalten, dass ich sage, hey, wenn sich morgen jemand anmelde, dann sieht er zuerst mein Internet, was Microsoft Teams ist. Ich kann auch mal ein anderes Beispiel zeigen. Das ist aus Lookbook genommen. Das heißt, ich habe mein Internet hier. Und was ich aber eigentlich zeigen möchte, das Thema Internet, weil wir noch Videos dazu machen, noch zusätzlich, ist, dass es dynamisch aktiv ist. Bedeutet, wir können uns ja anschauen, was sind die letzten Dokumente, an denen ich gearbeitet habe. Und hier sehe ich nur ich, ja. Wenn jemand anderes sich anmelde, sind natürlich ganz andere Sachen hier. Und das sind meine, zum Beispiel meine Wörterteile, das letzte Mal gemacht habe. Oder ich habe gerade hier in der Demo ja gezeigt, die Abteilung, wie ich da drin gearbeitet habe. Und dann schlägt er her, deine letzte Seite, wo du gearbeitet hast, ist, aha, und da steht Sales. Das bedeutet, das Ganze ist dynamisch, eben, weil eben irgendwie alles im Microsoft drauf unsichtig hinterlegt ist. Und das System weiß ja, wo ich mich bewegt habe und schlägt mir dazu. Das heißt, es ist auch mal ein Part der effektiven Zusammenarbeit oder generell effektiver Arbeit. Ich weiß, wo war ich zuletzt und so weiter. Und das System hilft mir, unterstützt mich dabei. Das ist eine Art, wie man Microsoft Teams Räume oder Shepard Online Räume für Fachabteilungen zur Verfügung stellen kann. Sie suchen einen Coach, der Sie aktiv bei der Einführung der passenden Strukturen für Ihr Unternehmen unterstützt. Schauen Sie gerne in der Beschreibung. Dort finden Sie unsere Codatdaten. Wir freuen uns, wir unterstützen Sie gerne. Abonnieren Sie auch unseren Kanal und vergessen Sie nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann kriegen Sie sofort mit, wenn neue Videos von uns erscheinen. Viel Spaß!